Es wird ja auch Spaß. Wie viel wieder? Wieder! Alter, wir sind immer noch heute Abend da. Guten Morgen. Guten Tag. So. Film mal Kevin, ja? Was ist am Abend? Davon überhaupt sind so Geschäften Filmen? Ach, bestimmt. Kinder Schokobo. Vielleicht wäre so eine Tagkacke gar nicht echt. Mhhhhh. 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 Weiß für die Powder. Die soll einen lösen. Peanuts. Peanuts, butter, Charlie. Ey und genau diese Dinger da, die hat's drüben mit Käse kleiner gehen. Ich krieg wie viele Karten. 220 Gramm. Toll. Da steht aber nur 200 drauf. Cool. Achtung, Süße. Warum fimmst du eigentlich immer mich? Ich weiß nicht. Du bist der Süßeste von uns allen. Genau. Ich, ja. Ja. Haben wir einen Ofen, ne? Ja. Ich wollte Fick. Ähm, ne. Eine Mikrowelle. Sie willst ja ruhig in der Mikrowelle machen. Schick. Wunderbar. Besser als die dir noch, Peter. Oh nein. Ja. Also ich hab meins und Felix sein Essen. Wohl. Wohl. Was esst ihr heute? Keine Ahnung. Doppelsalat und Fickadelle. 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 Aber warte ich nirgends, glaub ich drin. Hier gibt's halt nix tolles. Hier gibt's halt nix tolles. Guck die ich mal um. Hier gibt's sogar Lederjacken. Da hinten gibt's mini Fickadelle. Oh Gott. Ähm. Die Kularen. Die Flügel. So. Die Flügel, wa? Guck mal.